Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Wir wollen sagen, dass sie scheiße sind. Okay. Und dass hier keine Stimmung ist, weil... Wow, voll langweilig ist und der Alkohol ist viel zu teuer. Du musst dich umdrehen, Mann. Leck mich. Der Mann ist in meinem Rücken. Ja, okay, geh mal wieder. Leck mich. Was willst du machen? Wir müssen jetzt hier noch stehen bleiben. Komm her, jetzt beleg dich. Paula, sag Hallo. Was willst du da drinnen machen? Komm doch mal raus. Oh, reif, Mann.